Hallo Bull-Freunde, wir schauen jetzt, wie man seine Kugel richtig hält. Das Wichtigste ist dabei, eine Kugel zu haben, die zur Größe deiner Hand passt. Wie kann ich dir helfen, die Kugel gut zu halten? Lege die Kugel zuerst in die Handfläche, wo sie richtig liegt und du sie am besten spüren kannst. Dann schließe deine Finger um die Kugel, damit du sie fester oder leichter greifen kannst. Dazu hast du die Möglichkeit, den Daumen entweder an die Kugel oder an den Zeigefinger zu legen. Der letzte, wichtige Punkt ist das Spiel mit deinem Handgelenk. Es abzuknicken, damit du eine Drehung in deine Kugel bekommst, um sie besser zu kontrollieren. Wenn du die Kugel richtig hältst, kannst du deine Gegner hinter dir lassen. Auf bald, meine Bull-Freunde! Auf geht's zur nächsten Runde!